Ach das merkst du jetzt? Nein, nein. Wie viele Böcke kriegt der raus? Zwei. Ich kann nicht so viel bauen. Da wäre mal ein Enderprutsch dabei. Was brauche ich denn noch? Gaktusfarbe. Lapis habe ich. Wo krieg ich denn jetzt noch Farbe her? Das mit der Querby war ja auch jetzt erstmal nur, dass wir mit dem Koffer hinterher kommen, dass wir eine Elektrizität machen können. Ja klar, genau. Das ist ja, was ich jetzt gerade so... Deswegen habe ich ein bisschen mehr ausgehoben, weil wir haben trotzdem recht wenig gefunden. Ja, nicht mal eine ganze Giste. Hm? Nicht mal eine ganze Giste. Eine halbe glaube ich war das, ne? Ja. Na gut, er hat es ja nochmal verdoppelt. Ne? Ja, klar. Das heißt, es war ja noch nicht mal eine halbe Kiste, es war ja noch eine Viertelkiste. Ja, das man gefunden hat, aber dadurch kam eine halbe raus. Ungefähr. Ja. Mehr war das auch nicht. Ne. Ja. 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 Kann man erstmal... Jetzt kannst du die Frage fragen. Erstmal wieder material weg. Brauch's mal Später. genau werkzeug habe ich noch gehen wir zu meinen lieblingsbeschäftigung ohne graben keine fackeln mehr ich habe keine fackeln mehr ok charcoal ist da hoffentlich erkennt die köy das ding nicht als block und baut den ab natürlich fies das ding spawnt gar nicht im wasser, das spawnt seit oben am land ok aber steht auch da ne ja gut das ding spawnt am land im wasser kann das gar nicht spawnt gut ich hätte dann gesagt weißt du was ey dann kannst du die sachen wiederholen zumindest taschen und so was ne ne ich wäre jetzt mal in gameauton gegangen und hätte geguckt ob das ding noch da ist weil sonst wäre ich ja gar nicht erst dran gekommen ja was ich jetzt zum beispiel mache ist das wenn ja komischerweise arbeitet die echt noch ja gut ich weiß nicht wie viel strom die kriegt und so was ne ja halt nur kohle ne ja guck siehste das ist halt nicht so viel begeistert ist die köy da auch nicht von wenn sie nur kohle frisst ja genau wäre ich auch nicht obwohl den ganzen tag pizza essen du gehst doch den ganzen tag mit pizza obwohl ich gerade eine hat selbstgemachte aber ich zu faul war sie in die mikrowelle 2 damit sie noch mal aufhärme ok so was sagt der denn hier über wie viel kohle hat er noch muss er noch freikommen oder da ist noch so eine kohle drin da hat müssen wir haben da sind ja noch 14 kohle blöcke drin normalerweise hätte das schon längst leer sein müssen wenn er aber langsam arbeitet ich glaube server neustart und der wir waren ja nicht mehr hier im gebiet und der den schank nicht geladen der muss ja erst den schank geladen ne aber wann startet er automatisch ne dann arbeitet die query ja wieder weiter nach dem letzten server neustart hatte ich ja nix mehr gemacht ok man muss erstmal die gebiete neu laden hm also wo shank loader steht ne ne mit der meinung bisschen komisch habe hoffe ich jeweils wird ich denke man muss schlafen gehen aber dabei ist es ja nicht so hier sind vielleicht verschiedene gebiete und dadurch sieht es immer dunkler aus da unterschied drin ist ja ich stirb kleines hühnchen ich brauch brauch musste sterben am anfang von der curry schon sortieren dass alles was so erzmäßig ist schon mal irgendwie seitlich abgepumpt wird das geht ja automatisch dann irgendwo weiter ja wollte ja eigentlich nur fertig machen und dann war es ja egal ja ansatz musste sie eh noch mehrmals hm ich glaub nicht dass wir genug material haben für alle ideen noch eigentlich erstmal nicht kann man später irgendwann nochmal wenn man genug strumpen beziehen kann nein es wird dunkel willst du schlafen na ich wollte eigentlich ff äh muss nämlich schnell hier rauskramen wenn wir nicht schlafen gehen wenn wir im bett da sind beeil mich nicht durch so gerade kissen beim bus kommt angeflogen schnell lauf ja auch kein bett wir müssen halt auch gucken wenn wir das mit den ersten aufmachen dass wir mehr also diese auto crafter da haben ok weil wenn ich hab ja letztens das problem gab so viel eisen gab also ich hab alles reingeschwissen und voll vorbei vielleicht stoppt ja die ganzen plätze voll mhm und dann kommen die hammer ja nicht mehr rein und alles andere wird dann weitergeleitet oder ploppt raus halt so ein bisschen ja aber er er kommt doch mit hinterher wenn du es jetzt nicht vollmüllst ja ja klar aber wenn ordentlich was kommt halt du musst du musst halt immer so viel jetzt da rein machen dass links ich glaub zwei plätze waren für den hammer ne ja zwei plätze du musst zwei plätze frei bleiben dass du da acht du kannst da da 6-6 reinwerfen und zwei plätze für hammer mhm mehr platz hast du nicht dafür frei ok kann alles weggeworfen werden alles immer so viel kompost herstellen ich stell noch kompost die ganze Zeit her ok na dann ja weil sie mal wieder was hochzüchten müsste wie die pilze oder so naja ging ja ja es gibt die ersten pilze und dies folgen die ender shit toll sonst kommt ja nicht dazu grad raus zu fliegen aus dem deck das ist natürlich AA ja das du? ich muss ja gucken in dem Loch hier hier so wie kann man die kistem und welchen wo sie den rum bestimmt das habe ich ja schon vor dem ball seit gemacht die dinger waren voll ja natürlich hast ja auch updates gemacht was ja auch schon voll war was mich gewundert hat gewundert hat dass das voll wird ja aber wenn du halt abbaust die ganze zeit kommt halt mehr raus da kommt ja vielleicht mehr was mir halt bei der query fällt ist einfach so updates die du drauf man kann sie übelst teuer sind ja wenn er so so auf die lack christ oder so warum sind hier plack auf scharkoil in den kisten weil du keinen scharkoil hast nein in den kisten wo die query alles reinschiebt komisch das ist böhmisch kömisch ich weiß dass du auf jeden fall massenbar subsidien mal raus ich weiß dass du auf jeden fall massenbar subsidien mal raus